Hat der DAX bereits alles gesehen, was er sehen musste, oder geht es noch ein bisschen tiefer? Er war ja schon ein gutes Stück nach unten gekommen. Wir hatten das gestern ja mal, oder die Tage mehrfach ja mal angesprochen, dass wir eine realistische Chance sehen, dass der Kurs, naja, irgendwie was in dieser Art hier vollzieht, nochmal einmal stark runterkommt. Eigentlich wäre meine Zielbox ein bisschen tiefer als das, was wir bisher gesehen haben. Ich habe es nochmal gemessen. Wir hatten hier ja so eine letzte langweilige Aufwärtsphase. Ihr seht das hier nochmal so dieses Teilstück. Auch die kann man Fibonacci-mäßig nochmal so ein bisschen abschätzen. Dann wären wir auf die 127,20 runter und eben auf dieses Tief. Also ich sage mal so, das absolute Mindestmaß für eine Seitwärtsbewegung hat er gesehen. Eigentlich wäre mir allerdings ein bisschen tiefer noch lieber gewesen. Ihr wisst das, diese blaue Box hier, die ist das relevante Szenario. Ich zeichne das nochmal ein bisschen größer. Da seht ihr, für diesen großen Anstieg war es diese Box. Für diesen kleinen Anstieg war es die Box, die wir erwähnt haben und nochmal namentlich. Die geht ungefähr, das ist also jetzt nicht millimetergenau aufzufassen, beim DAX-Index jetzt 15.930 von mir aus, bis von mir aus runter, 720 in etwa. Also bis der ganze unten hätte ich es jetzt ja gar nicht erwartet. Meine Zielrichtung war eigentlich eher so diese ganz grobe Kiste jetzt hier. Jetzt war es schon da unten, jetzt ist aber steil wieder nach oben gelaufen. Na gut, also ob er nochmal tiefer geht, das werden wir sehen. Möglich wäre es, ich würde es nach wie vor durchaus gelten lassen. Und wenn die Indizes in Amerika runterkommen, kann es sein, dass der DAX dann sagt, ja gut, dann gehen wir halt auch nochmal einmal mit. Dann haben wir da aufgeräumt. Und dann sind wir fertig mit dieser Korrektur, die ich eigentlich eher so hätte sehen wollen, um anschließend dann nach oben zu gehen. So, wie können wir es aber denn jetzt vielleicht im kleineren schon mal abschätzen, ob das das vielleicht doch schon war. Dafür können wir auf die kürzeren Zeitebenen, zum Beispiel 15 Minuten Chart gehen. Und wenn ich dann sehe, wir haben eine starke Bewegung, ja, hatten wir. Und wenn wir dann sehen, wir bekommen eine Korrektivbewegung, die fehlt noch. Das kann ich jetzt nur schätzen, dass die kommt, aber die sehe ich natürlich jetzt auch noch nicht. Aber wenn diese käme, dann hätten wir die starke Richtung nach oben, die korrektive Richtung nach unten. Auch hier gilt wieder die blaue Box, das kennt ihr ja. Und dann wäre das Zwischenhoch hier ein Indiz dafür, für einen möglichen Einstieg, der keine Sicherheit bietet. Einige sagen dann immer, ja, das ist doch Knochenleserei oder Kaffeesatzleserei hier. Das vorherzusehen, nein, ich sehe das nicht vorher. Ich habe keine Ahnung, ob das kommt. Aber wenn es käme, wäre die starke Seite aufwärts, die schwache Seite abwärts. Und der Trigger, das wäre sozusagen ein Anzeichen, dass wir nicht mehr fallend sind mit fallenden Hochs, fallenden Tiefs und böte dann entsprechend einen Long-Einstieg, den man durchaus immer wieder mal nutzen kann für in dem Fall dann einen Long-Einstieg. Und dann die hoffnungsvolle Erwartung, vielleicht war es das doch schon. Vielleicht müssen wir da gar nicht mehr so tief. Also ein bisschen Hoffnung keimt auf, dass der DAX das alles schon gesehen hat. Ich tue mich da noch ein bisschen schwer. Statistisch gesehen sind die Chancen, dass es doch noch mal hier runter geht. Größer, als dass es jetzt direkt weiter nach oben geht. Aber wie das immer mit Statistik ist, nicht immer passiert das, was am wahrscheinlichsten ist. Aber wir sollten das im Hinterkopf haben. Das heißt, nicht dann stinkig oder ärgerlich sein, wenn es dann doch noch passiert. Das Bild auf der bullischen Seite im Generellen würde auch der Rücksetzer bis in diese Bereiche hier nicht kaputt machen. Insofern bleibt das Ganze ganz gut bestehen. Und das hier bietet vielleicht gleich eine ganz tolle Chance, um uns dann noch mal Long zu positionieren, wenn man das dann noch möchte. Intraday, kurz vor der FED-Zinsentscheidung. Die steht heute Abend um 20 Uhr an. Und vielleicht können wir da einen kurzen Blick werfen auf die 3-Monats-Teebills. Denn die stehen am nicht gestrigen Tag. Ich habe hier immer leider einen Tag verspätet, ist das hier. Also am Montag standen sie bei 5,28 Uhr. Wenn ihr es irgendwo gefunden habt, vielleicht wo die gestern standen, dann ist es vielleicht noch praktischer. Ihr wisst, dass die FED-Zinsentscheidung maßgeblich von diesen Teebills abhängt. Der 3-Monats-Zinssatz oder Quartals-Zinssatz, 90-Tages-Zinssatz, der ist dafür verantwortlich, was die FED normalerweise aussucht. Wir sind ziemlich an der Grenze. Also wenn die FED es wirklich nicht haben wollte, könnte sie vielleicht sogar noch sagen, komm, wir belassen es. Aber eigentlich will die FED ja durchaus erhöhen. Insofern ist das, glaube ich, kein wirkliches Wunder, ob sie erhöht oder ob sie um 25 Basispunkte oder um 50 Basispunkte. Wir hatten 5,00 bis 5,25. Jetzt werden wir wohl 5,25 bis 5,5 bekommen, naja, damit eben diese Zinsrate mittendrin liegt. Also das ist nicht so sehr schwer. Aber gleiche Uhrzeit, 8 Uhr, gibt es auch das Statement, beziehungsweise dann später, halbe Stunde später, die Pressekonferenz. Da kann es an beiden, also sowohl in dem begleitenden Statement als auch dann zur Pressekonferenz, noch mal deutliche Hinweise geben. Was habt ihr wirklich vor? Wovon geht ihr denn aus? Wie wollt ihr einwirken auf den Zins? Was ist da der Plan? Also insofern, aktuell gehen viele davon aus, dass wohl im September nichts passiert. Dafür spricht unter anderem, dass dieser Zinssatz ja immer flacher wird und nicht mehr so richtig Vortrieb hat. Also ob man wirklich im September schon wieder erhöhen könnte. Naja gut, wir wissen, wenn die FED jetzt massiv durch Anleihegeschäfte den Zins versucht zu beeinflussen, ja okay, das wäre dann noch möglich. Aber aktuell sieht das noch nicht so aus. Heute Abend erfahren wir mehr. Wie wirkt sich das dann auf den Dow Jones aus? Im Moment sieht das Bild sehr bullisch aus, aber nichts Neues. Also ich kann euch das Gleiche wiederholen von gestern. Wir sind in einem bullischen Markt. Alle Aufwärtsbewegungen sind impulsiv, alle Abwärtsbewegungen sind dreiwellig oder anders korrektiv. Also hier zum Beispiel oder irgendwie anders korrektiv, aber also mit überschneidenden Gegenbewegungen. Da hat sich ja nichts dran geändert seit gestern und dürfte sich auch nichts dran ändern. Dann für die größer Orientierten unter euch Rücksetzer bis 34.600 und 10, sage ich mal, wären völlig okay. Also ich rechne da nicht zwangsweise mit, aber wenn es korrektiv oberhalb der grünen Linie bleibt, ich mache das mal ein bisschen größer, diese grüne Linie liegt bei 34.610. Wenn ihr nicht sicher seid, wie ist denn das bei mir und bei meinem Kontrakt? Diese letzte Korrektur habe ich gemessen, vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt. Warum ist die so relevant? Wir haben die ganze Zeit kleiner werdende Korrekturen. Wir hatten hier eine große Korrektur, wir hatten hier eine kleinere Korrektur, wir hatten hier eine noch kleinere Korrektur und alle sind überschneidend. Das, was ich hier immer nicht will. Ich sage ja immer, in einem Haupttrend müsste es eigentlich so aussehen, dass diese Korrekturen ähnlicher Größe eben weit voneinander entfernt sind. Also da ist ein Abstand, der gefragt ist. Hier haben wir aber Überschneidungen. Die überschneidet mit der, überschneidet mit der, aber die werden immer kleiner. Das heißt, wir sind hier auf den immer interneren Bewegungen unterwegs. Solange das passiert, ist das in Ordnung. Dann kommt dann hier irgendwann die nächste und dann kommt wieder eine kleine, dann kommt wieder eine mittlere und dann kommt wieder eine große Korrektur. und dann seht ihr, diese hier und diese hier überschneiden sich nicht. Diese hier und diese überschneiden sich nicht. Und diese und diese überschneiden sich nicht. Alles noch ein bullisches Bild. Wenn das so weitergehen soll, sind Korrekturen erlaubt, solange sie eben kleiner sind als diese Korrektur, die wir hier haben. Deshalb habe ich die mal gemessen. Vom höchsten Punkt, ganz einfach jetzt höchster Punkt, tiefster Punkt, auf den höchsten Punkt angelegt. Alle Korrekturen, die jetzt hier passieren, die nicht bis zur grünen Linie reichen, sind kleiner als die und damit wäre eine Überschneidung erlaubt. Geht sie hier runter, wäre das die gleiche Größe, dann wäre aber dieser Punkt niedriger als der. Dann sind wir nicht mehr so bullisch unterwegs, wie wir das aktuell sind. Aktuell sind wir mega bullisch unterwegs. Alle glauben scheinbar, obwohl wir wissen, einige maulen und sagen, das ist doch völlig irrational. Ja, wir reden über Börse, wir reden hier nicht über Rationalitäten. Das spielt keine Rolle. Wenn die Leute kaufen, dann geht der Kurs halt nach oben. Ob das vernünftig ist zu kaufen, hat damit erstmal gar nichts zu tun. Also solange gekauft wird, ist alles gut und solange die Rücksetzer kleiner sind als das, sind wir voll im bullischen Bild und sollten uns daran auch nicht stören. Also wer einen Rücksetzer dieser Größe nicht aushalten kann, der weiß, ich brauche einen engeren Stopp, muss einfach eng dranbleiben und dann notfalls wieder reingehen. Müsst allerdings rechnen, dass heute um 20 Uhr da eventuell Spikes nach oben und nach unten. Also ich überzeichne mal, aber wahrscheinlich sieht das dann irgendwie so aus, mal hoch, mal runter und danach laufen die Kurse wieder normal weiter. Wer sagt, naja, ich bin im Großen unterwegs, der darf diesen Rücksetzer getrost dem entgegensehen und sagen, naja gut, stört mich jetzt auch nicht so sehr, wenn er das dann ausnutzt. Das ist bei den anderen Indizes ähnlich, das haben wir aber jetzt so häufig gezeichnet, das will ich jetzt nicht nochmal en Detail machen. Gucken wir uns lieber mal das interne Bild hier an. Also wie sieht das denn aktuell aus? Und wenn ich mir das angucke, zum Beispiel mal hier im 15-Minuten-Chart, diese Abwärtsbewegung sah noch relativ korrektiv aus. Diese Aufwärtsbewegung sieht aber auch nicht so richtig nach dem Burner aus. Der und der sehen ähnlich groß aus, sind aber ganz klar überschneidend. Also ich würde mich gar nicht wundern, wenn es nicht nochmal runter geht. Also ich will das jetzt nicht beschreien, aber was die Marktteilnehmer hier machen, ist nicht ein typisches Verhalten im Sinne von, wir haben also so eine dicke Hose an, da kann also gar nichts passieren, sondern das sieht tatsächlich aus, als ob, na, wir trauen der Sache noch nicht. Sonst würden sie sich nicht jedes Mal, also der Anstieg, das war der tiefste Punkt. Alles seit diesem Punkt ist wieder Aufwärtsmarkt. Und wenn ich mir das angucke, so ein Rücksetzer, jetzt wieder so ein Rücksetzer, der ist niedriger als der, das ist nicht Überzeugung. Das ist nicht, dass die Marktteilnehmer sagen, also hier, haha, ne, ne, so sieht das nicht aus. Also insofern, ich habe den Verdacht, dass dieses Ding noch vor uns ist. Und vielleicht ist das das, weshalb der DAX dann doch noch meine Lieblingszone erreicht. Ob er sie aber erreicht, also das ist jetzt nicht, weil viele sagen dann immer, naja, das wünscht er sich. Ja, ich wünsche mir das deshalb, also mir ist das egal, wo der Kurs ist, ehrlich gesagt. Eigentlich bin ich jetzt, ist es mir am liebsten, wenn der Kurs in einer Linie nach oben geht, denn wir sind ja überdurchschnittlich long ausgeprägt aktuell. Da muss ich so einen Rücksetzer, ehrlich gesagt, nicht unbedingt haben. Aber ich finde es trotzdem in Ordnung, weil dann weiß man wieder, wo man steht. Dann weiß man, ah, guck mal hier, das ist Pendant zu dieser Korrekturphase vielleicht. Das wäre doch nicht schlecht. Das heißt, dann folgt wohl so was in der Form hier. Es geht also noch weiter nach oben, weil das ja schön korrektiv ist. Also insofern, ich habe das deshalb gerne, weil es mir eben so ein bisschen den Überblick verschafft, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Aber wenn es direkt hoch geht, bin ich nicht dagegen. Also ich werde jetzt nicht für abwärts stimmen und abwärts traden ist so eine Sache, muss man das jetzt aktuell, also vor der Fettzinsentscheidung im Kleinen werde ich da sowieso nichts platzieren und im Großen, wie gesagt, Rücksetzer nochmal 4.500, 4.400. Da wird es dann langsam doof. Wenn er da drunter geht, dann ist das dann so ein Punkt, wo man sagt, was ist der Plan? Geht es dann doch nochmal hier hin? Warum diese Größe? Das wäre im Prinzip dann die nächste große Korrektur, die wir hier hatten. Die würde dann quasi bis in diesen Bereich. Also im Moment zähle ich auf ein Pendant zu dieser Geschichte. Fände ich ganz schick. Wäre eigentlich passend jetzt an der Stelle, wenn er da durchgeht. Ich weiß nicht, ob er da durchgeht, aber wenn er da durchgeht, dann hat er das Türchen für weitere 200 Punkte aufgemacht. Oder für 150 bis 200. Dann kann ich auch sagen, ja gut, dann nehme ich da gewinne mit, was ich bis dahin habe und dann mache ich halt da unten wieder auf. Irgendwie so was. Das ist beim Nasdaq grundsätzlich ähnlich. Beim Nasdaq wäre die Marke bei 15.000 so ungefähr. Also die Erwartungshaltung, das wäre dann diese Marke gemessen. Also das, was wir hier hatten, quasi dann da oben nochmal. Oder vielleicht gibt es auch eine etwas andere Form. Im Moment sieht es aber ein bisschen nach dieser ABC-Form aus mit tieferem Punkt als der. Die sind relativ stark runter und die Vermutung oder der Verdacht ist, dass wir vielleicht jetzt nur eine ABC und dann nochmal runter, dann wäre das sogar nochmal ein aktiver Short für mich. Also ganz klarer aktiver Short. Ich habe so ein bisschen Restverdacht, dass er vorher schon runter will. Vielleicht auch heute Abend dann im Rahmen der FED, dass sie sagen, oh Rüdiger, den Punkt da oben, den sparen wir uns. Nur das Blöde ist, dieses hier finde ich sehr wenig ausgeprägt. Ich mag lieber so ein bisschen ausgeprägtere Korrekturen. Aber ich kann euch eins sagen, der Markt nimmt da auf mich nicht immer Rücksicht. Warum mag ich die lieber? Weil dann ist es weniger verwechslungsgefährdet. Hier, wenn ich jetzt hier Short gehe, besteht halt doch noch irgendwie die Gefahr, dass es final dann doch nochmal das hier passiert. Wenn wir, den brauchen wir nicht mehr, wenn wir den hier haben und er diese Marke, also das Zwischentief hier durchstößt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass wir das, was wir vorne haben, da hinten nochmal bekommen. Und das bringt uns dann in die Nähe der 15.000er Marke. Vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht auch ein bisschen tiefer, aber irgendwie so in der Richtung. Das fände ich ganz okay. Also ihr seht, ich bin ein Teilzeitbär. Aus der Geschichte kann natürlich ein Drama werden. Also ich möchte jetzt nicht sagen, nee, nee, das macht euch keine Sorgen. Das kann gar nicht dramatisch fallen. Natürlich kann jederzeit immer alles passieren an der Börse. Also da dürfen wir nicht arrogant sein und sagen, das geht ja nicht. Aber alle Szenarien in der Größenordnung sind noch nicht eindeutig als schlimm identifizierbar, wären eben so Zwischenkorrekturen ähnlich wie das, was wir vorne haben. Aber wenn es da drunter geht, dann muss man sich ernsthaft die Frage stellen, was ist jetzt der Plan? Das passt ja nun gar nicht mehr hier rein und zeigt, dass die Marktteilnehmer möglicherweise diese eine Einstellung aufgegeben haben. Deshalb keine unwichtige Information. Deshalb das besonders im Auge behalten. So, das hier vielleicht nochmal als Beispiel, wie es kommen kann. Wenn das ungefähr so aussieht, wäre das hier die Short-Marke mit Erwartungshaltung, dass das und das hier nochmal passiert. Ich mache es nochmal einmal groß, damit ihr das vielleicht besser erkennen könnt und drücke euch die Daumen, dass ihr für euch die richtigen Handelsentscheidungen trefft. Passt ein bisschen auf mit Intraday-Trades kurz vor der FED-Entscheidung, denn ihr müsst damit rechnen, dass um die FED-Entscheidung, also um 20 Uhr, 20.30 Uhr auf einmal heftige Ausschläge in die eine oder andere Richtung kommen und ich möchte nicht, dass ihr da unter die Räder geratet. In diesem Sinne, euch alles Gute! und ich möchte